Hallo Leute, hier ist wieder euer Charlie. Ich befinde mich heute in Dortmund und zwar vor der Westfalenhalle. Wir wollen hier die Messe Hund und Heimtier besuchen. Ich halte ein paar Impressionen fest. Ich wünsche viel Spaß mit dem Film. Ja, das hier ist der Hundeeinlass. So, nachdem der Tierarzt den Impas kontrolliert hat, sind wir jetzt endgültig hier in den Hallen drin. Dann wollen wir mal gucken, was das gibt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.